Hallo, hallo. So, Mikrofon scheint zu funktionieren. Ja, perfekt. Alles klar. Starten wir das Game. Ich gehe noch mal kurz zur Tizelette. Da bin ich da. Und da bin ich, da bin ich di Morgen. Die Stoffel Infinity hat huge. Untertitelung des ZDF, 2020 Maybe, the warmongers were right. Maybe, we were foolish to hope for more. Maybe, we deserve to be punished. It would be easier to give up and let them decide our fate. Hello, welcome. Hmm, we want to see what's going on. Hmm, we want to see what's going on. Hmm, we want to see what's going on. We want to see what's going on, as always. Hmm, we want to see what's going on. 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 Ich weiß nicht, dass ich das. Oh, la, 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 la. Hmm. Ah, la, 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 la... Hora, m'és byziano. Wistens y zahe. Die. So, off-gates. Ach ja, das ist ja schon wieder eine schöne Teamkonstration. Oh nein, er ist kaputt. Los, 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 Freunde, ab jetzt. Okay, ich gehe weg. Ich brauche einen neuen Controller. Schicke Kamera. Ah, Mist. Zone in Fee, verloren. Zone A, verloren. Ich muss immer wieder reinkommen, ja. Ich habe so viele Helden gar nicht gespielt. Na gut, weil ich lange nicht gespielt habe. Ich glaube, weil ich dieses Spiel eine Weile nicht gespielt habe. Hier ist der, Jean Nizel. Hilfe für den Spaß. Mir ist der, Herr Jungen. Ah, ist... Was kann mir auch ein Blumen? Ja! 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 Ich liebe diesen Akzent! Zone C! Eingenommen! Gut, gut, gut. Alleine brauche ich noch nicht aufschauen. So gut bin ich noch nicht. Ich komme mit Bengel halt aus! Alter aus! Oh nein! Zone C! Verloren! Hey! Ah, das fängt ja wieder an. Aber ich spiele es wieder öfter dieses Spiel. Könnt ihr euch drauf gefasst machen. Warum? Dann werde ich besser. Ich war mal ziemlich gut in dem Spiel. Zone C! Eingenommen! Was ist das? Ich bin dran, ich bin dran. Ah, ich bin dran, ich bin dran. Ich bin dran, ich bin dran. Blut und Sala! Ihr seid stark! Zone 10, verloren! Wir sind auf dem Rückzug! Oh Mann, oh Mann, oh Mann, ey! Lass uns hier aber auch ganz schön vorführen, Leute! Die Zone A, verloren! Der ist gut hier! Der ist wirklich gut! Ich muss jetzt wieder reinkommen, aber ich schaffe das schon! Ich schaffe das schon! Oh Mann, Leute! Weil ihr immer alleine loslauft! Lass uns mal was anderes laufen! So, jetzt machen wir erstmal hier... So, jetzt offen wir mal hier zusammen! Das klappt niemals als Vergenheit! So, siehst du! So, siehst du! Oh, ich hasse das! Naaain! Alles ist hier! Wir müssen uns gleich helfen, Leute! Nichts, nichts! Da wird ja nichts! Schön! Nicht, Pukke jetzt! Dein Team hat sich geholfen! Komm Freunde, los geht's! Ich nehme jetzt A ein. Ne, erstmal halb ich da unten. Alle Teotaker? Dein Team bricht ein! Dein Team hat sich erholt! Dein Team bricht ein! Dein Team bricht ein! Dein Team bricht ein! Ach, Mistel! Gerade eingebrochen! Dein Team bricht ein! Ich stelle mich aber auch an wie der letzte... Dein Team bricht ein! Dein Team bricht! Oh! Ach, Mistel! Da kann man auch nicht ran! Da kann man auch nicht ran! Der Mistkerl! Habt ihr euch gesehen? Das! Das rollende Schild ist ja cool! Ach komm, ein gutes Match! Die waren alle gut! Ach man, ich hatte das ja nicht, dass ich erinnern kann! Ich muss die Maus nehmen! Das kann man auch nicht ändern! Ich kann manchmal nicht ändern hier, dass ich die Maus nehmen! Woher muss ich die Maus nehmen? Ich muss mal die Fronten nicht ausdehnen! Sooo, was soll ich denn jetzt spielen? Nämlich Ritter? RITTER! Ich bin nicht schwer, die mir eine Quest dafür vollkriegen, aber ich will die hier verschreiten. Hat wieder Attisch einleitend, wenn ich mich mal angucken. Ich spiele aber auch gern die Babanen. Hm, ja, wer nehmen wir denn Nürze? Die fand ich eigentlich ziemlich gut, die ist ziemlich stark für meinen. Die hat wenig Kombos, aber einfach wieder reinkommen, ne? 22 Kisten hab ich. Alles klar. Achja, ich weiß nicht, wie jetzt wieder zu sagt, aber dieses Spiel, das fasziniert mich immer wieder. Ja, ich hab das damals geholt, ähm, ich glaub da war das kurz kostenlos, oder für 15 Euro. Ich weiß nicht mehr. Ein paar Jahre, das ist schon ein, zwei, drei Jahre her. Mein Bruder hat das für Xbox, der hat sich das auch für Computer geholt und mein bester Freund ebenfalls. Da haben wir eine Zeit lang zu drück gespielt, aber irgendwann haben die beiden die Lust verloren. Mein Bruder wahrscheinlich schon wieder auf Xbox, das schon so ewig gespielt hatte. Ich bin so der Einzige, der dann dabei geblieben ist, hatte das tagtäglich eine Zeit lang gespielt. Er hat bei meinem Controller, ich mach wirklich einen neuen, der ist nicht ausgewählt. Er nimmt manchmal leichter, leichter Angriff nimmt er manchmal nicht an. Er nimmt manchmal leichter, leichter Angriff nimmt er manchmal nicht an. Er spricht sicher, manchmal bin ich aufhörter Sprinten. Er liegt daran, dass er dann einen Drucker voller hat. Aber, das soll ja keine Ausrede sein. Ich war damals dran gewöhnt, hab die Fehler ausgemerzt bekommen. Ich werde die jetzt wieder hinkriegen. Ich habe damals wieder Ficke gespielt, aber ich war wesentlich besser. Ich habe dann auch Wagenlisten-Duelle gespielt, das war ziemlich gut. Na komm, da sind zwei, da sind wir auch noch zwei. Ah, Mist ey. Nicht einen hinlaufen. Genau, auch ab da. Ich helfe die jetzt, da oben sind auch zwei. Sieht sich, die schaffen das schon. Und die helfe die jetzt bei B. Okay, jetzt 1 in 1 ist erzeugt. Das kriege ich auch gleich hin. Ich helfe die jetzt hier. Ich helfe die jetzt zurück. Ich helfe die jetzt zurück. So Jetzt können wir das mal hier durch Jetzt sehen wir uns A vor Oh, da ist noch ein Spieler Wieder Wir haben von oben untergesprungen Wir sind sehr gerne verbootet Ja, der Schorlinmensch ist auch super gut Oh man, oh man, mein Team hier Jetzt ist es bloß nicht allein hinlaufen Wir machen den Fehler, wir machen nur viele Dass die dann alleine reinrennen in so eine So, nochmal Oh, oh, muss aufpassen, ja? Ui Nein, Circle Doom Ja, die ist ja wendig Mit der muss man wieder ausweichen Oh, da muss ich mich irgendwie an die ganzen Finden gefühlen, ey Okay Jetzt hab ich damals spät angefangen mich dran zu gewöhnen bei den Finden jetzt schon wieder, ey Ich hab dich Ich hab dich Aber ich glaube, langsam habe ich den Finden hier drauf Langsam habe ich's drauf Ich spielte einfach rein auf Oh München, ja, hallo, Moment Oh Gott, nee, 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 nee Hier Ich brauch mich einfach hier Oh, oh Oh Ah, der hat mich verarscht Ah, kommt schon! Ah, ah! Ah, ah! Oh, die Bosse! Drei gegen einen Deswegen niemals allein noch aufräumen Ey, wenn du siehst, ich hab verkackt, dann hau ab da Ich hab mich schon nicht auf die zwei einlassen sollen Komm zurück, mein Ars Lass mal die Mäh loswerden Lass mal die Mäh loswerden Lass mal die Mäh loswerden Hm Ich wollte extra warten, dass er verkuttet Lass meinetliche Team bricht ein Ja, hau mir noch mal einen rein, genau Ey Ich komme, halt aus Na komm Wo willst du hin? So Zack So, wollen wir mal gucken Darfst du da oben den letzten beiden oder wo ist der dritte? Nehmen wir da hin Jetzt macht er nur Sprinter, na super Soll er mal machen Soll er mal wieder hin Macht er ja den Sprinter Wer will sie echt erschütten, das kann ja sein Huch Ich bin eigentlich schneller als du Mensch Wenn meine Sprint-Taste wieder mal funktioniert Nein Hintrum hinterher, genau Ich bin nicht hinterher gelaufen, dass ich das unterschließen kann So, ein Sieg in der Tasche Befehle Platzerkrieger abgeschlossen Desmatchkrieger Klassischer Krieger Besende Stoßtrupp, beende sechs Verhältnisse, beliebige Fraktion, ja Matches generell, belebe, verbündete wieder Fangen wir noch an Das will einfach nicht Das will einfach nicht Na egal Muss ja nicht machen Macht er automatisch Macht er ja automatisch Automatisch Jetzt kann ich wieder eine beliebige Fraktion spielen Und ich entscheide mich dabei für Ja, für wen denn nur? Nur Bushi? Finde ich gut Hm Ich will die erste Endpasse Berserker selten gespielt Sturmfalle Der Anfalle Wachst Genau Hier, voller Falle gehen Die Fallenlägerin Drei verschiedene Fallen Das wird immer lustig Liegen wir mal gespannt Das wird nochmal Zeit nehmen Und mich für die ganzen Aussehen befassen Seitdem ja jetzt die Teamfarben nicht mehr festgelegt sind Ah, mich juckt's Seid standhaft Haltet die Linie Geht nicht aus Auf in den Kahn Und ich muss den Kahn Mal gucken, ob ich mit dem Kahn die ganzen Kombos noch kann Bei dir war das nicht direkt eine Finde Sondern ich musste, glaube ich, mit einem Starken zum Leichten eingeklechseln Ja Ja Zonda A Valor Und tschüss Ah, Mist Oh, die Krüren in die Klinge hauen Boat, Red, White, and Brew Aha Haben wir jetzt zwei Bots? Ja, mit der Sache Spricht mir nicht Ich habe eine Falle direkt Wir halten hier Wache Es war schon mal Ja, die ist schon nüß. Aua! Ein Sproba-Schwengelbein! Na komm Der eine spielt jetzt auch die Nobushi. Ich glaube, die kommen nicht mehr. Gott, boi! Einer! Mann, der kommt ja da! Ich bin umgewetzt. Die haben wir mal ganz kurz weg gemäht. Ui! Schon nüßel! Geht's! Aaaaah! Hätte ich nicht machen dürfen. Hätte ich nicht machen dürfen. Das schweigt stumm von mir! Ich komme! Johnny Zell! Benoffen wehens! Ich glaube, ich hätte niemanden davon oder nicht. Ich warte mal, wenn der Fall hört! Ich glaube, ich habe noch einen. Hehehe. Oh, habe ich noch einen erwischt? Ja, habe ich noch gekriegt. ich habe ihn noch umgenietet John, ich komme komisch hier habe ich ein paar Soundbugs ganz schön Man, das wollte ich auch nicht, ich wurde doch eigentlich nicht so zuerst. Oh Mann, ey. Ja, aber vielleicht noch ein Oster. Auf ihm, Gebrüll! Kann man jetzt einfach mal hier Jetzt gibt's keinen Bock über diese Gebrüll, Gebrüll, Gebrüll! Oh man, ja, hau mich da oben! Ja, das war die gemeine Kombo von der. Das feindliche Team bricht ein! Kommt schon, kommt schon, kommt schon! Hallo? Wenn ich die Rückwärtsrolle mache, kann er noch gar nicht mehr... Hm. Das verstehe ich manchmal nicht. Wenn die eine Rückwärtsrolle machen, kann ich die nicht greifen? Wenn ich eine mache, können die ja schon. Wie geht das? Kann mir das einer erklären? Dann bitte schreibt mir das. Wohin das liegt. Die machen so oft nämlich eine Rückwärtsrolle und meiner greift dann daneben. Und die chargen mir manchmal ewig weit hinterher. Oder wir jetzt greifen mich einfach direkt. Und ich will nur wissen woran das liegt. Wie man das steuern kann. Ich muss ja irgendeinen Besuch dafür geben. Was ist schon zwölf für 70kk? DerIDE EFEL! Da wird die richtige Reihe gebrochen. Also wie gesagt, schreibt mir das gerne mal, wie das funktioniert mit dem Greifen. Ich habe bis heute nicht verstanden, dass das manchmal funktioniert. Das muss ich ja irgendwie zufällig herausgefunden haben, dass ich die auch bei der Rückwärtsfall ergreifen kann. Und manchmal hat es nicht funktioniert, wie man das quasi umgehen kann. Das muss ja irgendwie funktionieren. Aber habe ich bis heute keine Antwort gefunden. So. Welches Set war denn jetzt das Unvollkommene? Das hier. Hatte ich da denn irgendwas? Könnte man das nicht sehen? Ja, aber immer diesen Blitz schnell und die Lunge würde ich haben. Ja, aber immer diesen Blitz schnell und die Lunge würde ich nicht sehen. Hu-dum. 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 Auch nochmal bitte schnell, hier bräuchte ich die Lunge einzeln. Könnte ich das hier nehmen. Hm. Jetzt habe ich gut Geld verprasst. Und zum Planen Sachen holen wir mal raus. So, dass er sich ausdrückt hat, dass Frau nicht war um den Set. Silvanengebräu? Aha. Hier Montouren. Was soll ich jetzt sehen? Ja, du bist so süß. Okay, frische Eifer. Uh. Sie kennen die schon, okay. Jetzt haben wir denn hier... Exhibition... Effekte. Die Dämpfe von Horgos. Die Knochenmann habe ich da schon. Lopis Traum, genau. Lopis Traum, genau. Lopis Traum, genau. Ja. Erstmal Korsen mit Hans, das war es ja schon. Filze. Die Teller. Die Teller. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie cool ist das denn bitte? Wir haben schon einen Sonnenstrahl Ah, ok Beruhigt habe ich mich jetzt nicht Eh, mein Name ist Sturm Ein Sturm Wasser Battle Pass Das war's Das war's Das war's Das war's Das war's Fuss Das war's Das war's Das war's Das war's colchan Okay, jetzt wird es noch so, noch so das Ding, ja. m die das war echt weit kommt für Okay, ich hab dann 80 Zeiger Teilfärber. Ruhe Aktivität hat immer noch keiner gefunden. Hört doch mal! Kann ja wohl nicht wahr sein. Schneeweghetchen! Ich will doch nur Dinge spielen, den Modus. Na gut, wir spielen heute mal Schlacht. Wobei, ich will die mal testen. Ich geh mal einen Test in Trainings... Trainings Arena! ...und wie sieht's schon nice aus, der Standard-Rust-Dunkel. Bann der V-Wut! Bann der V-Wut! Okay, okay. Ja, genau. So, was hat sie denn so für... So. Konterschlag. Schulterstoß hat sie auch. Schulterstoßabbruch. Nochmal X&R, okay. So. 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 Genug! Genug! Los, wir kämpfen Stahl gegen Stahl! Genug! 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 Schütz den Pfeffer, ihr schütz! Es kann ich dann aber übel. ... ... Okay. Hier. Hier. Da. Leichter Angriff zu Räuberkralle. Drücke nach einem leichten Eingriff X, um Räuberkralle zu einnetzuleiten. Und auf Räuberer wildes Wandaufspießen. Wildes Aufspießen fügt sich Blutenschaden zu, wenn das Opfer der Kriegstreiberin an der Wand steht oder am Boden liegt. Aha. Erbeuten. Räuberkralle. Räuberkralle an Stich. Räuberkralle an Dieb. Wildes Aufspießen. Barrieren X. Da wirst du dich mehr anstrengen müssen. Quatsch, ich kann gar nicht abbrechen. Dings. Okay, so geht das. All klar. Okay, mehr wollte ich gar nicht sehen. Sieht gar nicht so unfair aus. So unfair sieht die gar nicht aus. So, langsam werde ich aber müde. War jetzt ein kurzer Stream, den mach ich jetzt auch aus. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Schlaft schön und auf Wiedersehen. Und schon.